Zurück Freuen Sie sich jetzt auf Otto macht Mode Part 2 Applaus Jetzt müssen wir natürlich erst mal dazusagen, dass wir beide heute Klamotten anhaben, die wir uns extra für Automacht Mode 2016 haben anfertigen lassen. Du kannst das natürlich tragen. Dazu muss man wissen, dass die beiden Damen, die sich dieses Design ausgedacht haben, bei Andreas Ile gedacht haben, Metall, Maschine, Stärke. Und bei mir haben sie an ein Hemd gedacht. Aber es ist ja auch in Ordnung. Das muss ja auch so sein. Ich freue mich jedenfalls, dass du da bist. Aber wir haben noch drei Ladies mitgebracht und das ist auch nicht ganz ohne. Wir gehen einfach mal hier so ein bisschen zurück, denn willkommen heißt es für Christina Schiffner, Silbermedaillengewinnerin der 4x100-Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Außerdem herzlich willkommen, Renate Doberschütz, Vizeweltmeisterin 1974 im Rudern, im Zweier ohne Steuerfrau und, ob das es noch dauert wird, Steffi Leithold, Vize, die stimmt gar nicht, Weltmeisterin im Ruder Vierer mit Steuerfrau. Das ist nämlich ganz einfach. Was diese drei Damen vereint, ist die Robe, die sie tragen, denn die ist von unserem thailändischen Designer, wer das sagt, Kamschwa, was er so für Sie angefertigt hat. Maßgeschneidert? Alles, alles. Maßgeschneidert, Kette dazu, perfekt. Erfekt. Selber kaufen, aber so. Man kann ja auch mal, ist ja kein Schuster, wie er das sagt. Sie sind auch zufrieden mit dem Material und der Auswahl? Ich bin sehr zufrieden. Er hat wunderschöne Stoffe, zum Teil aus Thailand, wunderschöne Stoffe. Und er macht die neuen Modetrends auch für uns älteren Damen übertragbar. Wie meinen Sie denn mit älteren Damen? Jetzt habe ich aber gehört, dass es bei Vera, wenn man in das Atelier kommt, dass es da auch gerne mal ein Sektchen gibt oder ein schönes Käffchen. Ja, ich komme immer mal aus Dresden nach Leipzig, meine Freundin zum Rudern. Und danach gehen wir zur Vera-Sekt, weil es da immer ganz besondere Sachen gibt. Und hinterher natürlich ein Glas für Sekt. Das ist nach dem Training dann besonders nötig. Nimm dann gerne mit. Also, herzlichen Dank, Christina Schüffner, Renate Doberschütz und Steffi Leitholt und natürlich Andreas Wiele. Andreas, dich nehme ich mit. Du hast hier schon die ganze... Wir müssen mal gucken hier. Kannst du nämlich hier vorne wieder Platz nehmen. In dem Shirt kannst du uns auch behalten. Steht hier sehr gut. Und den Damen sage ich auch herzlichen Dankeschön. Ach, hier sind sie schon weg. Na ja, so schnell sollte es gar nicht gehen. Aber trotzdem. Vielleicht noch mal einen Applaus für unsere drei Ladies in der Ruhe von Vera-Sakt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.